Musik Als letzter Vertreter der Rathausspitze hält Bürgermeister Roland Kaiser die Stellung hier im Baden-Badener Rathaus. Denn Oberbürgermeisterin Margret Mergen und auch erster Bürgermeister Alexander Ulich befinden sich in Quarantäne bzw. vorsorglich im Homeoffice, weil in ihrem direkten Umfeld Corona-Fälle aufgetreten sind. Und Bürgermeister Roland Kaiser informierte heute in einem Pressegespräch hier im Baden-Badener Rathaus darüber, wie denn die Umsetzung der Verordnungen in der Corona-Krise in Baden-Baden laufen und auch über die Betreuung der Kleinsten und der Ältesten Baden-Badener. Herr Bürgermeister Roland Kaiser, zunächst muss die Frage nach dem Befinden unserer städtischen Bediensteten sein. Wie geht es denn mit dem Krankenstand in der Stadtverwaltung? Wie viele Mitarbeiter sind denn erkrankt an Corona? Also wir haben prinzipiell rund 180 erkrankte Personen und die sind aber natürlich nicht alle Corona erkrankt. Wir haben ja vor allem eine Influenza-Welle, also da rund 180, die im Krankenstand sind. Wir haben dann noch circa 40 Personen freigestellt wegen Schwangerschaft und anderem, wo jetzt auch eben Corona dann mit eine Rolle spielt, dass wir früher freistehen wie sonst. Und wir haben, wenn wir jetzt an die Rathaus-Spitze vielleicht anschauen, konkret, wir haben momentan, dass der Kollege Erster Bürgermeister Ulig in Hausquarantäne ist, weil im direkten privaten Unfälle Corona-positiver Fall bekannt wurde. Er ist bis zum 31.03. in Hausquarantäne. Und auch unsere Oberbürgermeisterin, Frau Merken, momentan in Telearbeit, also von zu Hause aus arbeitet, weil auch eben im Stab der Oberbürgermeisterin ein positiver Corona-Fall aufgetreten ist. Und von daher geht es uns wie allen anderen Einrichtungen und Betriebe, dass wir jeden Tag neu schauen müssen, wie sind wir aufgestellt und wo müssen wir ein Stück weit nachsteuern, damit in dem Bereich, wo wir leistungsfähig sein müssen, wir auch genügend Personal haben. Wie viele bestätigte Corona-Fälle gibt es denn im Rathaus? Wissen Sie das? Nein, da haben wir auch nicht letztendlich den sicheren Überblick, weil ja über die Krankmeldung nicht automatisch zu erkennen ist, ob Corona-Fälle, da sind wir auch darauf angewiesen, was uns dann die Mitarbeiterinnen direkt rückmelden. Und wir dann entsprechend natürlich auch nochmal Schutzmaßnahmen im konkreten Arbeitsumfeld einleiten können. Die Arbeit muss weitergehen, auch vom Homeoffice aus oder doch vom Baden-Baden-Rathaus aus. Vor allem zwei Bevölkerungsgruppen stehen im Vordergrund in Ihrem Dezernat, Dezernat 3. Das sind die ganz Jungen und die ganz Alten. Wie ist denn aktuell die Situation in dieser Corona-Krise für die kleinen Kita-Besucher, für die Schulkinder und auch für die älteren Mitbürger? Ja, das Ganze wurde ja geregelt über die Verordnungen des Landes, also die sogenannte Corona-1- und Corona-2-Verordnung. Wir sind da jetzt bei den Schulen und bei den Kindertageseinrichtungen seit letzter Woche Dienstag, also seit dem ersten Tag, seitdem die Verordnung in Kraft getreten ist, sehr gut aufgestellt. Auch gemeinsam mit den freien Trägern hier in Baden-Baden, also in einer tollen Kooperation, auch schon in der Vorbereitung, in einer tollen Zusammenarbeit. Aktueller Stand ist, dass wir 30 Kinder in der Notbetreuung in unserem Kindertagesbetreuungssystem haben, 15 Schulkinder und im Seniorenbereich, nachdem ja auch die Tagespflege prinzipiell zu schließen war, haben wir auch zehn Plätze, wo wir sozusagen eine Notversorgung haben, auch hier verteilt über die freien Träger. Und da kann ich sagen, also unser System hat da hervorragend gegriffen. Wir haben uns bereits vor Wochen darauf vorbereitet, wenn es soweit sein sollte, dass dieser Schritt erfolgt von Landeseite, dass hier verfügt wird, dass geschlossen wird, dass wir dann nicht überrascht werden. Und das hat auch in der Umsetzung bisher sehr gut funktioniert. Und alle Träger unterstützen uns da. Also selbst wenn jetzt in den nächsten Tagen die Zahlen ansteigen, aus irgendeinem Grund sind wir darauf vorbereitet. Was ist denn das für ein System, mit dem Sie sich darauf vorbereitet haben, das jetzt gut funktioniert? Also wir haben mal bereits vor vier Wochen begonnen. Auch der Katastrophenschutz ist der in meinem Zuständigkeitsbereich. Sind wir vor vier Wochen eingestiegen über sozusagen die Voralarmierung der Strukturen des Katastrophenschutzes. Sprich, wir haben einen Stab gegründet, einen Verwaltungsstab, der inzwischen seit zwei Wochen täglich zusammenkommt, wo wir eben alle Fragen, die akut zu beantworten sind, klären, aber insbesondere auch jeden Tag weiterdenken, Entwicklungen anschauen, Prognosen anschauen und uns überlegen, was brauchen wir, falls eben dann eine Verschlechterung der Situation eintritt. Geht bis dahin, also Betten, Ersatzhäuser und, und, und. Sind wir in der Vorbereitung? Es gibt momentan keinen konkreten Anhaltspunkt, dass wir dieses benötigen, aber wir werden darauf vorbereitet, dass wir dann sofort in Umsetzung gehen können. Und von daher haben wir also noch keinen Katastrophenstab in Baden-Baden, sondern wir sind in diesem Verwaltungsstab tätig. Inzwischen gibt es auch einen zweiten Stab, der dann im Dezernat 1 bei Frau Mergen angeklädert ist, wo es um die hausinterne, rathausinterne Fragestellungen geht, die Umsetzung. Aber wie gesagt, mit den Katastrophenschutzorganisationen, mit der Polizei und dann auch die Abstimmung mit freien Trägern in der Betreuung läuft über das Dezernat 1 in diesem Stab. Eine ganz grundsätzliche Frage geht in die rechtlich bedingten Verpflichtungen der kommunalen Ebene. Das sind zum einen die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz einerseits und dann gibt es auch die wirtschaftlichen Programme andererseits. Wo ist denn die Stadt da in der Pflicht? Also wir sind natürlich sehr direkt in der Pflicht, was Ordnung und Sicherheit angeht. Das heißt jetzt Überprüfung der Umsetzung, über die Verordnung, Schließung der Läden, der Gaststätten, die nicht mehr geöffnet haben, nicht mehr geöffnet sein dürfen. Aber auch eben des öffentlichen Raumes eben, dass nirgends mehr große Gruppen entstehen, dass der Mindestabstand eingehalten wird und so weiter. Da kann ich aber zur Lage in Baden-Baden vermelden, dass wir, ich sage mal, in den ersten zwei Tagen mussten wir noch viel Aufklärungsarbeit geben. Bei Ladeninhabern war viel Unsicherheit, also wirklich auch das Beratungsgespräch im Vordergrund stand. Aber inzwischen, also seit dem letzten Wochenende, haben wir da wenig Auffälligkeiten. Wir haben natürlich am Sonntag beispielsweise noch zwei Gruppen gehabt, die Fußball gespielt haben, wo aber dann bei Erscheinen von Polizei bzw. eben unserem GVD sich die Gruppe auch sofort aufgelöst hat. Also da ist allgemein sehr großes Verständnis. Was wir haben, sind eher aus Unsicherheiten heraus Nachfragen, dass man auch vor Ort dann das Ladengeschäft anschaut, weil eben Teilbereiche abgesperrt werden müssen, weil da kein Verkauf zugelassen ist, aber der Lebensmittelbereich. Wir haben ein großes Interesse auch als Stadt, dass die Lebensmittelbetriebe offen bleiben, dass fußläufig die Bürger und Bürgerinnen Lebensmittel einkaufen können. Und das lief sehr, sehr einvernehmlich und sehr gut ab. Und von daher also wirklich auch ein großes Lob an die Bevölkerung und an die Ladeninhaber, weil auch in dem Bereich ich das eigentlich hervorragend gelöst finde. Wir haben dann die anderen Fragen jetzt, die natürlich nachvollziehbar auch immer mehr in den Vordergrund gerückt sind. Ganz konkret zum Beispiel unsere Kita-Gebühren aktuell. Da haben wir als Stadtverwaltung uns schon abgestimmt gehabt, dass wir auf den Einzug von April verzichten. Wir haben aber natürlich die Situation, dass ca. 80 Prozent der Kinder bei freien Trägern betreut werden. Deswegen war jetzt das Interesse die letzten Tage, dass wir das im Gleichklang lösen. Die Grundproblematik ist, dass wir zwar über eine Landesanordnung alle Einrichtungen schließen mussten, öffentliche und freie Träger alle gleich, aber zu den Kostenfragen wir vom Land keine Zusagen bisher haben. Also die Rettungsschirme, die jetzt Bund und Land gespannt haben, geht sehr viel in die Privatwirtschaft. Für diesen Bereich gibt es dann noch keine Aussagen. Und deshalb schauen wir jetzt, dass wir es im Gleichklang aussetzen im Baden-Baden. Da wird man heute noch abschließend hoffentlich Gespräche führen können. Und wir aber natürlich gemeinsam auf Landesebene auch schauen, dass zumindest ein Teil der Kosten dann von Landesseite wieder erstattet wird. Theoretisch haben die freien Träger die Möglichkeit, unter dem Rettungsschirm Anträge zu stellen. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir müssen für den Kita-Bereich eine eigene Lösung im Land schaffen, weil das ist ein namhafter Bereich. Und da müssen wir aber auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Gestern Abend haben ja die kirchlichen Träger und Gemeindetag und Städtetag gemeinsam sich vereinbart, dass sie da gemeinsam gegen das Land dann auch die Forderungen stellen. Und so hätte ich es auch gerne auf örtlicher Ebene. In den anderen Bereichen wird ja jetzt dann bis Ende der Woche im Bundesrat abschließend entschieden sein. Da werden die Anträge voraussichtlich übers Wirtschaftsministerium laufen. Das sind wir als Stadt nicht gefordert. Was wir vor Ort natürlich in unserem Jobcenter haben, sind jetzt verstärkt Anträge, Kurzarbeitergeld und so weiter. Auch da wollen Bund, Bundestag und Bundesrat noch in dieser Woche Änderungen im Gesetz beschließen, dass die Prüfungen ausgesetzt werden und, und, und. Sprich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf die Anträge konzentrieren können und schnell auch Geldauszahlungen geleistet werden können. Das sind nach meiner Wahrnehmung jetzt wirklich auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene inzwischen alle, dass wir in einem, in der Situation, dass wir an einem Strang ziehen und jetzt eben schnell auch die gesetzlichen Änderungen erfolgen müssen, damit wir das dann auch in der Umsetzung schnell bewältigen können. Gibt es denn einen formulierten Actionplan des Badener Rathauses in Sachen Corona? Also wir haben das ganze Jahr Actionpläne, aber Sie meinen jetzt vermutlich, also die nächste Stufe werden natürlich Katastrophenschutz ausrufen, wenn wir irgendwo da in eine Dimension kommen. Da ist momentan aber noch, dass wir deutlich drunter sind, nach meiner Einschätzung. Wir müssen jetzt schauen, die nächsten Tage, wie schaut es aus mit Schutzausrüstung, für alle Bereiche, die in Personenkontakt stehen. Da sind von Landesseite, ist zugesagt, dass wir bedient werden mit Ausstattung vom Land, aber wir wissen noch nichts Konkretes. Aber wir sind momentan davon weg, also ein Katastrophenalarm-Statum zu gehen. Und von daher, wir haben stabile Strukturen, die haben sich jetzt bewährt die letzten zwei Wochen und die wollen wir auch so beibehalten. Haben Sie zum Schluss, Herr Bürgermeister Kaiser, noch eine Botschaft an die Baden-Bahne? Also, die Botschaft von meiner Seite soll sein, dass das, was wir jetzt sehr gut umgesetzt haben in Baden-Baden, dass wir einfach dieses Niveau halten. Wir wissen alle nicht, wie lange wir diese Sondersituation noch haben werden, die wir jetzt momentan vorfinden. Und von daher einfach die Bitte, so diszipliniert sich zu verhalten, wie es wirklich jetzt in den letzten Tagen hier in Baden-Baden auch umgesetzt wird. Das heißt, wenig Sozialkontakte, Hygienestandards beachten, Mindestabstand beachten und den Appell auch an die Ladeninhaber, auch wenn es momentan vielleicht gar nicht wirtschaftlich ist, dass sie ihren Betrieb aufrechterhalten. Die Bevölkerung braucht eine gute Versorgung. Die ist weitestgehend sichergestellt, mal jetzt von einzelnen Produkten, die mangelhaft sind. Und was ich feststelle, wir haben tolles Engagement, also sei es jetzt an dem Beispiel Schutzmasken zu nähen oder Ähnliches. Das hilft uns weiter. Wir haben ja auch auf der städtischen Plattform ein Suche finden, für Nachbarschaftshilfe, will ich es mal nennen, eingerichtet. Also da sind wir jetzt natürlich auch darauf angewiesen, dass alle mitdenken, alle mitmachen. Da ist aber nach einer Wahrnehmung, also da wird man jeden Tag besser. Also da kann ich überhaupt nicht feststellen, dass da irgendwie eine schlechte Stimmung aufkommt, sondern da wird man jeden Tag besser in der gegenseitigen solidarischen Unterstützung. Und da baue ich drauf, dass wir das auch in den nächsten Wochen so haben werden. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Danke, Roland Kaiser. Ich bedanke mich und wie gesagt, bleiben Sie alle gesund und unterstützen Sie in Ihrem Umfeld, wo Sie können.